Eine V6 Turbo Alpin, 2,5 Liter, 105 Nr. ist aus dem Jahr 88 im Originalzustand. Sehr schön, Renault Alpin V6 Turbo. Schönen guten Morgen. Ford Mustang, ein 67er V8 Mustang, 5 Liter, 3-Gang-Automatik. Sehr schön, Ford Mustang. So, und hier haben wir wieder was, mit dem man gut transportieren kann. Schönen guten Morgen. Das ist ein Chevrolet C10, der ist aus dem Jahr 80 V8, 5,7 Liter und schöne Ladefläche und tolles Grün. V8. Schönen guten Morgen. Hier haben wir noch was zu laden. Und zwar ist das Auto Chevrolet C10, der ist aus dem Jahr 1960 mit dem 8,2 Liter V8. Da konnte man auch was transportieren.